Die Katze ist schon wieder wach und hat gleich mal das Glas umgebracht. Ja, der war nicht so gut. So, herzlich willkommen zu... Ops! Little Kitty Big City. Wo wir nur so viele sammeln. Wo wir nur so viele sammeln. Kann ich noch mit dem Vogel reden? Nee. Habe ich da ein paar Figuren runtergeworfen, das tut mir aber leid. Ich bin Katzela! Katzela! Ah! 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 Ich bin die Bosskatze! Ah! Ah! Es tut mir leid, aber es kann... Ich kann nicht anders! Das ist meine Natur! Oh, kann man hier rein? Oh, cool. Tut mir leid. Ich geh mal. War nicht so. Entschuldigung. Ah, hallo Mietze. Vögelchen. Du kleines, süßes Vögel. Arschloch. Vögel, Arschloch. Ah. Jetzt kostet sie 10. Nein. Ja, bitte. Ich bin ein Frosch. Ich hoffe mal, das geht um die gesamte Anzahl der Münzen. Jetzt müssen wir uns hier noch... Ich finde hier immer noch nicht den Ball. Ich brauche einen Ball. Geh weg. Ich brauche einen Ball. Wo kann der sein? Der Ball. Junge Frau, ich brauche einen Ball. Habt ihr das gesehen? Da flitzt man hier nichts an drum und dann kommt so ein Schiss von oben. Oh. Ich fülle da rauf. Was mache ich gerade so am Lack? Au. Wo ist denn dieser Ball? Dieser dämliche, bepullerte Ball. Au. Nein, geh weg. Hier hinten war der, ne? Mühsam. Mein Tagwerk ist so mühsam. Der Ball ist schon drin. Den kann ich da... Aua. Hier nicht normal nehmen, ne? Komm, Kätzchen. Wir zeigen's denen. Ach, da ist ja auch noch was. Ja, ich komm... Hohle ich mir gleich. Lass das mal liegen. Oh nein. Oh nein. Da hinten waren wir auch noch nicht, ne? Ist da noch irgendwas? Ja, also die Dinger sind da ja nicht umsonst. Guck mal, da kann man auch noch lang klettern. Ist das hier unser Zuhause? Warte mal, Karte. Nein, das ist ganz weit weg. Und wir brauchen... Muss ich bloß einen Weg dahin finden? Nein, ich will nicht. Geh weg. Vielleicht über das Auto hier? Ja, genau. Ich glaub, hier waren wir schon drauf. Hm, hier stinkt es gerade. Wartet mal. Fackelt einer sein Grill ab oder so? Kann man ja mal machen, ne? Ich hoffe, das ist nur der Grill. Ich mein, so warm... Heute auch nicht. Ah, ich hab's gewusst. Oh, die arme Katze. Das tut mir so leid. Warte mal. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder... ...zurück. Oh, das arme Kätzchen. Oh, das arme Kätzchen. Oh, das arme Kätzchen. Das war's. Das geht ja mal gar nicht Das war doch nur noch das Schwänzchen Das kleine So einen großen hat sie doch gar nicht Also so einen großen Schwanz Dann fliege eben auf die Schnauze Ja du hättest mich erstreicheln können Blöde Frau Darf keine hören Nein Ach so kann man abbrechen Wenn ich da rauf springe Halt Und dann da rauf Und dann Es ist einfach nicht vorgesehen Und dann Ah, das ist... Ich will jetzt nicht den ganzen Weg nochmal gehen. Deswegen bin ich auch hier zu ruhig und konzentriere mir. Warum, ne? Warum geht das nicht... dahin? Wie springen? Vielleicht muss ich da mal... Kann ich da mal reinspringen? Gibt es da auch wieder, ne? Oh! Container tauchen. Aha, toll, dass ich das jetzt auch kriege. So sehe ich nichts, ne? Cool. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ja, war zu spät. Ich kann das... Ich schaffe das aber, glaube ich, gar nicht. Jedenfalls nicht so. Irgendwas fehlt mir, aber ich kann mir nicht... Ich habe auch nicht mehr... Man kann ihn ja nicht skillen oder so. Läuft der noch ein bisschen nach? Brauchen nicht probieren. Wie soll denn? Wie soll denn das gehen? Oh! Ich will da aber hin. Ja, dann kommt er bei raus. Kann ich jetzt schmusen mit dir? Bist du jetzt... Ich schmus mit dir. Komm! Ich glaube, die ist südend. Wie mache ich denn das jetzt? Wie komme ich denn da hin? Hinten ist bestimmt was Wichtiges. Ist auch so blöd, ne? Das sind so Kleinigkeiten. Die denn ein bisschen störend sind. Ach, ich kann ja hüpfen. Stimmt ja. Warte mal. Ich bring mich mal in Position. Lass es doch eine Foto kosten. Ich kann doch dann nachher da oben rauf. Oh, sowas doofes. Jetzt gucken wir erst mal auf der Seite. Erst mal gucken, was da ist. Oder ob da was ist. Waren wir da oben? Da kann ich garantiert nicht rauf, ne? Macht das jetzt irgendwelchen Sinn? Ich will hier jetzt nicht runterfallen. Warte mal. Ich geh mal hier. Keine Ahnung, was hier ist. Wir kommen hier irgendwie. Hier ist ein Golfplatz. Da ist Blinky. Hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Nix? Ach, wen haben wir denn da? Ah. Nix und Nix und Nix. Mietzwerf und Mietzwerf. Taffi! Ah. Ehehehe. Pose zum ansehen drücken. Aha. Ich habe hier aber was anderes gesehen. Wir gucken mal. Oh, guck mal was hier ist. Die nehmen wir gleich mit. Oh, guck mal was hier ist. 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 Die ist ja richtig. Ich? Hehehehe. Kannst du vergessen. Schlafen rundherum, Albert. Oh, guck mal was hier ist. Guck mal. Können wir hier rein? Nein. Falschen Knopf. Hallo, Vogel. Guck mal, ich hab eingelocht. Uh. Komm, Entchen. Du bleibst nicht alleine hier. Das lasst dir gesagt sein. Wie komm ich denn da hin? Oh Gott. Ich hab keinen Plan. Hier war so einer. Kommst du wieder? Könnt ihr auch noch was anderes als immer nur hinkacken? Kommst du wieder? Du bist aber nicht der Glitzervogel, ne? Die haben ich gesehen. Arschvogel. Hm. Mein Glitzi. Uh. Ich muss hier nochmal gucken. Ich bin ja hier. Ah, ich ahne was. Da ist noch mehr Glitzi. Wir sind ja eine Katze. Guck mal, das ist pure Absicht, dass wir hier langgeführt werden. Was macht da eigentlich eine Feder auf dem Dach? Oh, was haben wir denn da? Oh, nein! Oh, ich bin ein Blumenkind. Oh, ich bin ein Blumenkind. Wenn ich's find. Find ich's? Oder nicht? Zeigt euch gleich das Licht. Ein Blumenkind. So. Jetzt bringen wir die Ente weg. Ich hab's gewusst. Ah, dieses Spiel. Sorry. Die ganze Zeit, das andere hat, von der anderen Seite hat wunderbar funktioniert. Und hier. Was machst du denn? Jetzt muss ich mich da wieder hochqueren. Einfach nur hüpfen, das muss doch auch gehen. Muss ich das jedes, wirklich jedes Mal so machen? Katze, Katze. Ich denke, du wolltest jetzt ein Blümchen bist, kannst du machen, was du willst. Oder Mann? Du. Mann. Nein. Mann. Ich komm mir denn da nicht mehr hin. Ich will weitergehen. Sie macht das von allein. Mann. Ich spring da nicht gegen. Die Tigermütze. Jetzt geht's aber ab hier. Ah. Dann darf ich brinc mist Radio. Und jetzt geht's. Ich spiel her. Ich spiel her. Ich spiel und was betät jerk nervt. Ganz geduldig. So. Ich bin der Meinung, das ging mal, dass sie dann einfach so gesprungen ist, aber ja, toll. Ich dachte schon wieder. Braucht doch das Entchen. Entchen? 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 Oh, du bist noch da. Oh, was sehe ich denn da? Oh, ist das gemein. Kommen wir da überhaupt hin? Das Schild war kaputt. Jetzt brauchen wir das Entenhaus. Das ist einfach hier. Oh, oh, oh. Hier? Wo war das? Hä? Ach, da auch. Nee, da komme ich ja nicht. Hä? 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 Irgendwie bin ich jetzt verwirrt. Hier ist es. Da oben waren wir jetzt, ne? Das habe ich jetzt alles. Ich brauche noch Kohle. Ich brauche noch Kohle. Blöde Kuh. Der ist schon frei. Oh, schon wieder 30 Minuten. Das tut mir ja leid. Ich glaube, das macht mir Spaß. 150 fast. Die brauchen nur... Ah, nee. Das ist nur ein Vogel. Da, Kartons müssen wir auch noch finden. Hier hinten war... Hä? War ich hier eine Gurke? Hier habe ich auch den Ball noch nicht gefunden, ne? Hier sind auch noch Sachen. Huh? Oh, wasser? Das war's für heute. Hm. Kommen wir denn da wieder rauf? Halt! Da, guck mal da. Nee, hier sollen wir wohl nicht höher. Augen, anscheinend. Nee, gehen wir noch ein Stück zurück? Nee. Jetzt machen wir hier einen Karton. Da fehlt mir nur noch eine. Hehehehe. Hehehehe. Miau. Ich komm nicht mehr raus. Bleib jetzt für immer drin. Reine Bier. Ach, ich wollte eigentlich Pause machen, ne? Scheiße. Wo braucht, wofür brauchen wir das? Kann mir das mal einer erklären? Jetzt kann ich da oben rauf, hier. Boah, ich gleich mach ich Feierabend. Gleich machen wir Feierabend. Gleich. Nee, hier können wir nicht weiter. Hundertneunfünfzig. Ich bringe den jetzt da hin, so. Kann ich den auch ziehen? Na gut, nächste Folge geht weiter. Tschüss. Du bist. Schwung. Du bist. Vielen Dank.